Ja gut, die letzte Saison hätte für dich persönlich ein bisschen besser laufen können, das stimmt, aber ist trotzdem ein geiler Sieg. Du, es wird langsam schwer. Hast du mal versucht, den Goli auf den falschen Bein zu verwischen? Du hast quasi die Kontrolle. Oder? Sag mal vorne, hast du im Moment noch zu lange Stücke? Nein, aber was läuft jetzt mit mir der Wernepunkte? Weisst du? Wenn ich meine Knie nicht kaputt gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch in die NHL gekommen. Ja, aber was machen wir jetzt? Hä? Ah nein, nein, das musst du überhaupt nichts machen. Das läuft alles automatisch und dann hast du erst noch 10 Jahre Garantie.